Mattheit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und den Aufträgen von Woche 2. Dieses Mal setzen wir 5 Sekunden lang einen Emote im Laune Luftschiff ein. Das sehen wir hier oben auf der Karte markiert. Zack, das ist dieses Luftschiff hier. Da können wir ein bisschen zum Beispiel gleich, wenn wir losfliegen, die Runde beginnt gleich da landen. Gehen da rein und setzen 5 Sekunden lang einen Emote ein. Und damit haben wir die Herausforderung abgeschlossen. Sollte also gar kein Problem darstellen. Natürlich gibt es jetzt noch einen kleinen Clip, damit ihr das auch genau seht. Und um diesen Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's gut, bis zum nächsten Mal.